1, 7, 8... Musik 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 . Das ist die Melodie, das wir haben, an Reheeral Marking 30. E-D-A-N-S-A-N, damit wir wissen, dass wir die Melodie sind. Können wir das zurückgehen? Das ist 1, 2, 3... Das ist Reheeral Marking 29. Reheeral Marking 29. 1, 2, 3... Und... 4, 3... 1, 2, 3... Dr. Đà N. Das ist ein bisschen extended Murder. Und dann gibt er das vorikoinen Tah arabsicht ein bisschen. Das ist ein bisschen ADR muecht als die Hölle. 남 der Hölle zu Hindern. Und jetzt geht's um 31, um 31, um 31, 1, 2, 3, and. Nice. Das ist wirklich fantastisch. Die Rhythms sind genau da, wo sie sind. Jetzt gehen wir auf ein bisschen in 130. Wir haben drei Meter bevor, um 32. Wir sind einfach ein bisschen an, ein bisschen early. Und jetzt wird das B2. 1, 2. Es ist wirklich, wirklich wierd. Es wird ein bisschen... Es wird richtig, es wird richtig. Es wird das... Das ist das, was das kommt. Wir starten in der gleichen Plätze, in der 29. Rehehearsal Marking, 29. 1, 2, 3, 4. Das ist die letzte mal. Das ist das erste Mal, die dritte. Wenn wir die dritte dritte, dritte, dritte. Da dritte dritte. Dann schließen wir das. Das ist die dritte. Das ist die dritte. Das ist die dritte. Das ist die dritte. Es ist wirklich, wirklich dritte. Alles ist sehr, sehr, sehr calm. Das ist auch ein dritte. 1, 2, 3. Musik 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 Ja, genau. Right now, you're coming behind on all of your lists. So every single time you have a change of note, you're behind on a change of notes. So just to anticipate more. Consistently, like right now, we're lining these eighth notes, these sixteenth notes up. Decently, we're weakly, but not spot on. Just make sure we're keeping that sixteenth note flippin'. It feels like we're gonna come in early. So it's gonna land right in on the sixteenth note. So we started a little bit earlier into this. So this is going to be rehearsal marking one before twenty-seventh. There's one before rehearsal marking twenty-seventh. Taka, 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 taka. Taka. And there's one no second. One before rehearsal marking twenty-seventh. One, two, three, and. One, two, four, three, and. One, two, three, and. Weiders who can work for any left and as much as possible. Das war's für heute. So, right now, you're playing an Indian drum, JT, um, is there like a, can I hear what it sounds like? Can we make it, uh, could you play it with the direction that you're starting at the biggest place and then the medium window is at the end of it? Can I hear that? How much of a difference can I hear in that medium window? Like, I would love to hear that as if you're getting further away from me. Beautiful. The D-emphasizing that B1 is going to help us hear the accent on the E. So, for the entirety of this entire excerpt from rehearsal marking 25 to wherever we get to the 9A section, JT has that rhythm consistently. And it sounds like, . It's right off the beat. So, if we can put our ears on that, we'll know where to find it every single time. And everybody that has the , comes in in the same place every single time. Um, could we take this right at rehearsal marking 25? For each one of these, uh, sections at rehearsal marking 25, we have a two-bar theme, and then another two-bar idea, and then another two-bar idea, leading to the first cha-ka-ta-ki-cha-ka-ta at fortissima. Alright? So, could we grow this first two bars, grow this to the next two bars, and grow this to the next two bars that lead to the cha-ka-ta-ki-ta-ka-ta, and then we're thinking back a little bit. Can we start right at rehearsal marking 25? One, zero, zero. And one, two, three, four. . Musik 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 Absatz, eins, 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 eins. Nós das? Nein, das ist Toy-Di. Das ist Toy-Di. One, two, one. One, two, three. Das war's für heute. Die Idee, die wir haben, für jeden von diesen Sektionen, für den nächsten Sektion, ist, was wir in den Beginn des Spiels.